Moin, servus, moin Leute, was geht? Hier ist wieder Malek Seiss und heute mit dem Spiel Admiravaka gegen Fenerbahce Istanbul. Viel Spaß! Die Türken übernehmen die Südstadt. Nein! Nee, aber jetzt mal ehrlich, ich habe das jetzt eine einzige Person im Admiratrikot gesehen. Die Türken übernehmen die Südstadt! Das ist die Heimannschaft! Die Türken übernehmen die Südstadt! 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 Elisander Chikou Elinomar Rodrigo Mechao Elinkeko Elinkeko spielt von Anfang an. Für alle, die es Ihnen wissen, Korsumur Hideo hat heute sein erstes Spiel als Trainer von Fenerbahce Istanbul. Die Stolzländer Lufas Junior Thomas Eman Elinomar 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Crazy. Er ist nie gedacht, dass er wieder ein Kühlung ist. Respekt. Wir sind auf den Kurs, wir sind auf den Kurs, wir sind auf den Kurs! Elfmeter für Fennach! Elin, Jekyll am Elfmeter vor. Elfmeter für Fennach! Elfmeter für Fennach! Elfmeter für Fennach! Anstoß! Weiter geht's! Elfmeter für Fennach! 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 Elfmeter! Elfmeter für Fennach!